Der Schlager-Marathon in Maikammer, im Bistro Pappala Papp, war erfolgreich, für eine super Stimmung sorgten den Stars wie, Klaus Schwarz, Sabine Schiller, Carsten Behrendt, Birgit Markel, Jessica Zutavern, und Petra Küdi, und vielen mehr. Alle Künstler zeigten sich von ihrer besten Seite und legten einen genialen Auftritt hin. Wenn du mich berührst, ist es noch immer so, dass ich im Plan stehe und war nicht erlaubt. Wenn du mich berührst, ist es noch immer da, dieses Himmel gefühlt wie beim allerersten Mal. Wenn du mich berührst, ist es noch immer so, dass ich im Plan stehe und war nicht erlaubt. Alle waren begeistert und ließen sich so richtig mitreisen. Die Künstler präsentierten auch ihre eigenen Songs. Wer nicht dabei war, hat was verpasst. Ich hab gedacht, ich bräuchte aus, kein Bock mehr auf blaue Maus. Ich hab mir auf die Fliege, ein bisschen Party, schade mir. Das Leben ist doch toll. Ich hab mir auf die Fliege, ein bisschen Party, schade mir. Das Leben ist doch toll. Das Leben ist doch toll. Nur die Angst, sie blieb dein Leben. Jedoch wenn du sie liebst, bist du auch sieben durch. Ich hab mir auf die Fliege von dir. Ich hab mir vertraut, hab so an mich geglaubt. Mein Herz wird schein, wird sich vertreten. Ich lebe unnäher zu mir und habe nie ein Auto zu. Ich gehe höchstens mit den Eltern, spaziere noch mal zu. Mein Vater sagt, es muss so bleiben und dafür schenkt er mir Kontakt. Ich schätze mir der Kahn, weil mir komplett normal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger mit dem Kahn. Ich hatte neulich gerade gebürzt, aber ich muss den Kopf verheirr sich nie. Sie kann sich nicht bewegen. Ich bin immer allein auf der Welt. Sag mir, wenn sowas gefällt. Und darum wirst du befreit aus deiner Einsamkeit. Freude ist im Anschweiler schön. Doch einmal muss was geschehen. Frag mich, was gestern noch war für mich. Lachen schon klar. 2, 3, 4. Ich mach ein glückliches Mädchen aus dir. Jeden Tag. Jeden Tag. Was du dir wünschst, das begannst du von mir. Jeden Tag. Jeden Tag. Das hättest du mir im Traum nicht gedacht. Was man aus Liebe so macht. Jessica legte natürlich dann auch mal gleich eine Hammer-Karaoke-Show hin, das das Publikum zum Toben brachte. Diese Stimme ist einfach der Wahnsinn. Hören sie selbst. Jeden Tag. Du bist in der Welt. Einige Sprecher. Du bist in der Welt. Du bist in der Welt. Ja. Du bist in der Welt. Ja. 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 Und am Ende gab es als Dankeschön an die Inhaberin, Asima Schweigert, ein kleines Souvenir. Alle Künstler die heute Abend meinen, weil du teilgenommen hast an dieser Schlagermarathon, wie gesagt, wir möchten uns alle bei dir recht herzlich dafür bedanken und haben eine kleine Überraschung für dich. Also seien Sie das nächste Mal dabei, wenn es heißt Schlagermarathon auftouren. Und verpassen Sie nicht die tollen Künstler und die Megapartys. Papala Pap, mehr als nur ein Bistro.